Jo, was geht meine Freunde? Selve wieder am Start. Ja, heute wieder mit Ghost Recon White Lens. So, letzte Folge haben wir das Signal für Puck Atari global gemacht, sag ich jetzt mal. Wo könnte man jetzt weitermachen? Ähm, was haben wir denn hier? Nebeneinsatz? Haben wir sonst noch irgendwie was? Was haben wir hier? Gucken wir mal, ob wir irgendwie was finden, was bei uns in der Nähe ist. Wir sind da. Warte mal. So, Blitzreiße halten. Ja, dann machen wir doch gleich mal eine Blitzreiße. Dann können wir die Nebeneinsätze mal ganz geschwind machen. So, die Bilder in dem Ladebildschirm, die finde ich so unfassbar krass. So, das sind wir auch schon. Und haben natürlich auch gleich ein Motorrad. So, zack. Halten Sie X, um einer öffentlichen Koop-Operation beizutreten? Ne, möchte ich nicht. Wir fahren jetzt erstmal hier hin. Das habe ich jetzt spät den Motor angemacht, mein Freund. Ich dachte schon, das wäre ein Hybrid-Motorrad. Ah ja, nicht wundern, warum jetzt die letzte Folge und diese Folge ohne Facecam sind. Die nachfolgenden Folgen, Gott, werden auch ohne Facecam sein, weil ich finde, bei so Spielen wie diese hier, sollte der Fokus auch auf dem Spiel liegen. Und nicht auf meinem Gesicht. Deswegen habe ich auch die Facecam hier, ja, rausgemacht. Sagen wir mal so. Trackmania wird noch mit Facecam kommen, ganz klar. GTA wird auch noch mit Facecam kommen. Und ich weiß nicht, wo ich hinfahren muss. Ah, ich glaube, Offroad müssen wir jetzt. Offroad. Oh Gott. So, zack. Ich laufe doch da jetzt nicht hoch. Wenn wir schon ein Motorrad haben, da können wir ja auch gleich hochfahren. Bisschen Offroad geht klar. Ach, hier gibt es ja einen Weg. Okay. Oh, pssst. Da dürfte, glaube ich, bestimmt jemand drin sein. Sind da welche? Nö, es scheint leer zu sein. Aber hier steht ein Auto. Ich sehe ein paar Kartell, Leute. Wo? Ich sehe einen Haufen Sikarios. Wo? Hier ist doch niemand. Ja, gut. Ja, gut. Sprengen sie die Stationseingänge. So, wo seid ihr jetzt, meine Freunde? Da kommen sie. Die haben sich da drin versteckt. Ups. Ups. Upsala. Hallo, kann mir vielleicht mal jemand helfen kommen? Wir müssen hier hacken. Hallo. Ich brauche Hilfe. Jungs, wo seid denn ihr? Hallo, Jungs. Äh, mein Freund, du kommst gerade ein bisschen zu spät. Verdammt, das war knapp. Wow, noch eine Sekunde. Zu spät. Und das Kartellgelaber geht weiter. Okay. Schade. Dann gehen wir halt hier hin. Ah, ich bin doch die GTA-Steuerung gewohnt. Was tun? Ich lasse euch jetzt zurück, ne? Ihr habt mich im Stich gelassen. Hätten die mich nur ein bisschen schneller wiederbelebt, ne? Dann hätten wir es geschafft. Aber nee. Warum sollten wir denen auch helfen? Und warum fahre ich so scheiße? So, komm. Auf geht's. Alter. So, aber jetzt. Zack. Stehen sie den Hubschrauber. Alles klar. Das kriegen wir doch wohl noch hin. Und rein da. so knien wir uns mal ganz schnell hin lassen die drohne los hier haben wir ein paar oh gott wo seid ihr nein der hat sich da hinten versteckt da ja warum läuft der auch in meine schuss richtung unglaublich ich gucke mal ob ich von hinten vielleicht reinkomme so zack da ist noch niemand mehr ach da hinten oh gott pass mal auf zack nein ich bin doch so ein scheiß vollidiot ganz ehrlich jetzt habe ich den zweiten nebeneinsatz vermasselt gut gemacht ja gut gemacht ein scheiß gut gemacht ich bin so ein scheiß vollidiot dann holen wir uns halt eben das flugzeug also eine mission möchte ich doch heute noch packen also bitte so und easy ach das das hätte so schön enden können aber nein nein jetzt fühle ich mich ganz warm und wohlig oi mann 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 wir müssen da rein beziehungsweise da durch müssen wir meldet euch wenn ihr politos wagen seht alles klar nein ihr habt mich nicht gesehen jungs geht wieder zurück wir haben den anderen einsatz zu erledigen so dürfen wir jetzt auch gleich da sein die musik ist doch so geil so nein 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 leute was seid ihr wo du siehst scheiße aus in deckung ich hab keine granate mehr so die schammer alles sauber ja so das ist deaktiviert wo ist die zweite antenne die ist da drüben ok auf geht's jetzt hoffe ich dass wir das auf jeden fall schaffen 30 sekunden noch also wie schwer ist denn das schnell hoch komm 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 lauf 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 was 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 wir haben es doch noch geschafft wir haben es doch noch geschafft ach komm ganz ehrlich ganz ehrlich das kann doch nicht wahr sein so dann versuchen wir es halt da hinten nochmal boah alter das war doch das war doch ganz klar geschafft wir haben in der letzten sekunde die blöde antenne deaktiviert oder wie seht ihr das oder wie seht ihr das so jetzt können wir das hier nochmal probieren so komm schon so ja toll wie soll ich wie soll ich sprengen ich habe doch keine mehr ähm ja wie soll ich die türe hier aufsprengen ich habe keine granaten mehr gibt es hier irgendwo eine waffenkiste oder so ja hier so so hammer so dich haben wir auch ah wir haben keine zeit wohin wo müssen wir hin da hier nein leute helft mir schnell 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 500 hallo leute hätte hilfe jetzt ja hopp 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 Gott sei Dank Gott sei Dank haben wir das jetzt geschafft Tun wir hier noch schnell unsere Munition aufstocken Können wir gucken mal ob wir uns noch ausrüsten können Sturmgewehr Ne da können wir gerade noch nichts machen Sekundärwaffe Scharfschützen Das ist kein Scharfschützengewehr ne Ne Ach haben wir ausgerüstet Ach Alles klar Pistols haben wir nicht Gut ausrüsten können wir uns nicht Dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat Dann wisst ihr bescheid War Ne sehr chaotische Folge heute Oh Da ist ja noch jemand drin Abschuss So und mit diesem Abschuss sage ich dann echt Macht's gut Haut rein Ciao 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 Ciao